Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig geilen neuen, also den geilsten Glitch den ich wirklich je aufgenommen habe zeigen. Um was es geht? Es geht um den Prestige Glitch. Es gibt einen neuen Prestige Glitch und der geht so. Ihr müsst die Waffe abgeben, dass ihr nur noch die Fäuste habt. Wenn ihr nur noch die Fäuste habt, nehmt ihr das Schild nach vorne und ihr müsst euch dann gehen lassen. Und wenn ihr dann am Boden liegt, müsst ihr einfach warten bis ihr selbst revived werdet. Und das geht ja ganz einfach im Solo Modus, weil da hat man ja glaube ich 2 oder 3 Chancen, wo man kriegt vom Black Ops selber, ohne dass man Perks gekauft hat. Und wenn ihr dann wieder aufsteht, müsst ihr ganz einfach die Wunderwaffe oder wie gesagt die Spezialwaffe nach vorne nehmen. Und wie ihr seht, schlagen die Zombies euch und die fliegen gleich weg. Das heisst, ihr könnt einfach irgend in eine Ecke stehen und die Zombies fliegen 1000 Kilometer weg. Das heisst, ihr habt einen Prestige Glitch eigentlich. Ihr könnt euch einfach in die Ecke stellen und nichts mehr machen. Wie ihr gesehen habt, können die Zombies euch einmal hitten. Das ist wirklich einmal. Sie können euch genau einmal hitten. Auch wenn 10.000 Zombies auf euch kommen, genau ein Zombie kann euch hitten und dann der Rest fliegt weg. Und das ist wirklich der krasseste Prestige Glitch, den es je gegeben hat. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.